KSA 370Z, die Säge- und Spaltmaschine, ideal für Holzstämme bis 4 Meter Länge und maximal 37 Zentimeter Durchmesser. Für einen mobilen Einsatz ist der Anbau am Traktor zweckmäßig. Die in Transportstellung eingeklappten Transportbänder zur Zuführung des Stammholzes und Abtransport der Holzscheite werden in Position gebracht. Somit ist die Maschine betriebsbereit. Die Bedienung ist dabei spielend einfach. Nur mit einer Hand wird der Multifunktionshebel betätigt. Einige Arbeitsvorgänge ohne Material dienen zur Darstellung der einzelnen Mechanismen. Das Sägeschwert wird in den Schneidbereich gefahren und dabei wird über einen Schaltvorgang die Sägekette in Betrieb gesetzt. Nach Beendigung des Schrittes wird über einen weiteren Schaltvorgang der Spaltvorgang ausgelöst. Der nächste Schaltvorgang setzt das Holzzuführband in Bewegung, ausgelöst durch Zurückdrücken des Multifunktionshebels. Die gewünschte Schaltlänge ist vor Arbeitsbeginn einstellbar und wird mit einer Knebelschraube fixiert. Das Spaltkreuz ist hydraulisch höhenverstellbar und austauschbar, wenn zum Beispiel ein Sechsfachspaltkreuz zur Anwendung kommt. Besonders zweckmäßig ist der Arbeitsablauf, wenn das verwendete Holz auf einem sogenannten Holzzuführbock gelagert ist und die Höhe des Zuführbandes der Höhe der Maschine angepasst ist. Mühelos kann somit der Bediener die einzelnen Stämme mittels Ölmotor zum Sägeaggregat nach vorne befördern. Die rechte Hand am Holzstamm und die linke Hand am Multifunktionshebel. So arbeitet der Anwender ohne großen Kraftaufwand bei sehr hoher effektiver Leistung. Bis zu 8 Kubikmeter pro Stunde kann ofenfertiges Brennholz verarbeitet werden und so in Container oder auf Ackerwagen verladen werden. Natürlich hängt die maximale Leistung von der Stärke der Stämme und der maximalen Scheitlänge ab. Die Zuführung des Sägeaggregates wird von dem Bediener per Hand vorgenommen. Damit kann der benötigte Druck auf das Sägeschwert mit Kette beeinflusst werden. Musik In der Praxis hat sich gezeigt, dass beim Nachlassen der Kettenschärfe der Vorschub entsprechend minimiert werden muss, um eine Überhitzung des Sägeaggregates auszuschließen. Grund genug, dass wir von der BGU bei der KSA 370 auf einen hydraulischen Vorschub verzichten. Es ergeben sich zwei Arbeitsgänge auf einmal. Mit der Kettensäge abschneiden, während der Spaltzylinder das gesägte Holz durch das Spaltkreuz presst. Die hohe Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders, die aus hoher Pumpenleistung und automatischem Eilgangventil resultiert, lässt es kaum zu, dem Sägeschnitt noch schneller vorzunehmen. Das bedeutet, dass eine außergewöhnlich hohe Leistung gerade bei Stammstärken von 25 bis 30 Zentimetern realisiert wird. Sägen und Spalten in einem Arbeitsgang. Bei richtiger Höheneinstellung des Spaltkreuzes werden beste Arbeitsergebnisse erzielt, was der Anwender von BGU-Maschinen natürlich voraussetzt. Das Spaltkreuz, welches hydraulisch verstellbar ist, wird auf die richtige Position gebracht oder, wie Sie hier sehen, nach unten versetzt. Schwache Holzstämme werden somit nur einmal mittig gespalten, wenn die Größe den Wünschen entspricht. Mittels eines Bolzen wird das Viererspaltkreuz auf das sechsteilige Spaltkreuz in Sternform sekundenschnell ausgewechselt. Damit werden auch Stammstärken von über 30 Zentimetern Durchmesser in handliches Scheitholz zerkleinert. Das alles geschieht wartungs- und bedienerfreundlich. Nach Abklappen der Schutzhaube wird der Sägekettenwechsel oder ein eventuelles Nachspannen der Kette vorgenommen. Die Vorgangsweise entspricht dabei allen handelsüblichen Motorsägen. Ölstandüberwachung und Öltemperaturanzeige als Kombi-Instrument zählen natürlich zur Grundausstattung. Effizienz durch BGU-Geräte. Mehrere Holzkontainer in kürzester Zeit mit ofenfertigem Brennholz befüllen und für den nächsten Winter bereitstellen. An alles ist gedacht. Die Bauweise der BGU-Maschine ist so konstruiert, dass auch jeglicher Transport oder Umsetzen an andere Betriebsstellen schnell und ohne Mühe möglich ist.